Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einem weiteren Teil meiner Serie vom Making-of, des Making-ofs, der Fotografie, des Waldkrautes, was dann aber doch irgendwie schottische Hochlandrinder waren. Und es gibt eine Menge Tipps und Tricks in diesem komplexen Videoprojekt. Und deswegen nicht lang rumschnacken, sondern auf. Wir gehen sofort rüber zum CyberLink PowerDive. Ich habe ein Projekt geladen. Ihr seht die ganzen Clips hier auf der Timeline. Ist eine ganze Menge geworden. Und jetzt fällt euch ein, ich brauche noch eine Videodatei. Die habe ich doch schon mal in einem anderen Projekt fertig zugeschnitten. Und die hätte ich gerne zum Beispiel als Abspann oder egal, an welcher Stelle ihr sie einfügen wollt. Aber ihr wollt euch nicht nochmal die Arbeit machen, um sie manuell zuzuschneiden, beziehungsweise, dass ihr eine fertige MP4 einfügt. Weil ihr wisst ja, alle Clips, die ihr hier bearbeitet, werden in der Originaldatei nicht verändert. Und um das zu ermöglichen, gibt es diesen Befehl Datei und dann Projekt einfügen. Bevor wir das aber machen, noch eine wichtige Einstellung im Vorfeld, die ihr kennen müsst. Und zwar, ihr geht auf Einstellung, also Voreinstellung, Bearbeitung. Und dann habt ihr hier den Punkt Standardverhalten für Projekteinfügung festlegen. Da können wir jetzt auswählen als erweitertes Projekt oder als verschachteltes Projekt. Im ersten Schritt nehmen wir als verschachteltes Projekt. Ganz wichtig, wo dieser Cursor ist, wird das jetzt als verschachteltes Projekt eingefügt. Ich empfehle immer, das ganz zum Schluss zu machen. Ihr werdet auch gleich sehen, warum. Okay, nochmal kurz zurück. Was müssen wir beachten? Die Einstellungen haben wir erledigt. Den Cursor an die richtige Position gebracht, haben wir auch erledigt. Und jetzt können wir auf Datei Projekt einfügen gehen. Und das Programm möchte jetzt eine PowerDirector-Skript-Datei, also so eine hier. Auf Öffnen klicken. Dass das kommt, ist jetzt erstmal nicht wichtig. Hier kann ich aber kurz erklären, was passiert. Dadurch, dass ich bei diesem Projekt Dateien verschoben habe, beziehungsweise wieder gelöscht habe, nämlich genau diese Datei, die er hier sucht, fragt er jetzt, wo liegt diese Datei? Ich finde sie nicht. In dem Fall kann ich auf Ignorieren gehen, weil sie ist ja gelöscht. Jetzt dauert es einen kleinen Moment und jetzt beobachtet einmal, was hier unten auf der Timeline passiert und was hier in dem Bibliotheksfenster passiert. So, man hat das sehr schön gesehen. Das Bibliotheksfenster hat sich genau um die Dateien gefüllt, die jetzt das andere Projekt auch hat. Und gleichzeitig ist hier eine fertige PDF-Datei eingefügt worden. Ihr seht sie. Und deswegen war es auch wichtig, dass der Cursor am Schluss ist, damit es euch nicht hier euer laufendes Projekt zerschießt und ihr alles letztendlich auf den Videospuren durcheinander bekommt. Okay, diese PDF-Datei ist jetzt als eine ganze Datei. Und ihr habt hier im Bibliotheksfenster, habt ihr die zusätzlichen Dateien, die aus diesem zweiten Projekt, was ihr eingefügt habt, nämlich Intro-Video für Gastflüge, habt ihr diese hier auch bekommen. Was ihr auch bekommen habt, sind hier nämlich diese zwei Registerkarten. Einmal das erste Projekt, das Making-of von Schottische Hochlandrinder. Und das zweite ist nämlich jetzt genau das, was ihr als Datei Projekt einfügen gemacht habt. Wenn ihr dann auf diesen Reiter klickt, dann dauert es einen kleinen Moment. Und dann kommt ihr genau in das Projekt rein und auf die zugeschnittenen Videoclips in eurer Timeline und könnt euch jetzt genau diesen Clip durchkopieren und dann wieder auf den anderen Reiter klicken. Da hier zwei Projekte laufen, wird euer System natürlich gut belastet. Dann sucht ihr hier mit eurer Cursor-Position die Stelle, wo es eingefügt werden soll. So, wieder rechte Maustaste, geht auf Einfügen und jetzt könnt ihr sagen, entweder Einfügen und Unterschreiben oder Einfügen und alle Clips verschieben. So, jetzt habt ihr genau diesen Clip, den ihr gesucht habt, der fertig geschnitten ist, habt ihr hier eingefügt. Den könnt ihr löschen. Auf Entfernen gehen. Und somit habt ihr jetzt diesen Clip aus einem anderen Projekt relativ einfach mit Kopieren und Einfügen an diese Stelle platziert. Was weiterhin passiert ist, dadurch, dass ihr eben den PDF-Clip gelöscht habt, habt ihr hier die zwei Reiter nicht mehr. Aber was übrig geblieben ist, sind die ganzen Mediendateien, der ganze Medieninhalt in eurer Bibliothek. Das wird leider vom CyberLink PowerDirector nicht wieder rückgängig gemacht und kann jetzt hier, sage ich mal, zu etwas Verwirrung führen, weil das Projekt lädt sich dadurch natürlich auf. Solltet ihr jetzt auf Speichern gehen, dann werden genau diese Bibliotheksinhalte mit in diesem Projekt gespeichert. Okay, das war jetzt die eine Möglichkeit. In der Zwischenzeit habe ich wieder alles hier bereinigt. Das heißt, wir sind wieder in der ursprünglichen Datei vom Making-of. Die Bibliothek habe ich bereinigt. Wie habe ich das gemacht? Naja, ich habe nicht auf Speichern geklickt in dem Fall, habe das Programm beendet und habe das Projekt wieder neu geöffnet. War der einfachste Weg, anstatt manuell alles rauszulöschen, weil ich nicht erkenne, welche Dateien wurden in der Bibliothek hinzugefügt und welche gehören zu dem eigentlichen Projekt. Wäre schön, wenn man das sehen könnte, aber darum geht es ja gar nicht, sondern wir wollen ja jetzt in den Voreinstellungen die zweite Möglichkeit auswählen. Und jetzt wählen wir aus als erweitertes Projekt. Achtung, auch hier ist die Cursor-Position extrem wichtig. Deswegen gehen wir wieder ans Ende des Projektes, der Timeline hier. Jetzt können wir den Befehl wieder ausführen, Projekt einfügen. Wir brauchen wieder eine .pds-Datei. Das können wir ignorieren. Und jetzt Achtung, hier oben hat er das gefüllt. Okay, das wissen wir ja bereits, dass das so passiert. Aber der Cursor ist an den Anfang meines Projektes gesprungen. Und das führt vielleicht im ersten Schritt zu einer kompletten Verwirrung, weil es sollte ja ganz hinten sein. Keine Angst, es ist auch tatsächlich ganz hinten eingefügt worden, nur der Cursor hat seine Position an den Anfang des Videoclips verändert. Warum er das tut, kann ich nicht beantworten. Wenn es einer weiß, schreibt es doch mal in die Kommentare. Ich sehe hier gar keinen Sinn da drin. Okay, ihr seht jetzt, dass das komplette zweite Projekt, wo ich ja mein Videoclip herhaben möchte, hier reingeladen wurde und kann mir jetzt den entsprechenden Videoclip raussuchen. Aber Achtung, wenn ich wirklich nur einen Videoclip rauskopieren möchte, was ich mal tue, und setze den jetzt hier auch an dieser Stelle rein, mit einfügen, in dem Fall würde ich sagen einsetzen und alle Clips verschieben, dann funktioniert das auch so. Aber jetzt muss ich alle Clips wieder einmal markieren und manuell markieren, damit ich letztendlich alle rausschmeißen kann. Und ihr seht schon, naja, so simpel ist das nicht. Jetzt habe ich hier zwei Clips, die sind noch nicht markiert. Das muss ich manuell noch nachholen. Das mache ich, indem ich die Steuerungstaste drücke und dann auch mit der linken Maustaste den jeweiligen Clip anfasse. Anklicke besser gesagt. Und wenn das zweite Projekt, was ich eingefügt habe, nicht nur so kurz ist, sondern vielleicht deutlich länger, dann kann das ganz schön umständlich werden. Nichtsdestotrotz, ich habe sie jetzt alle markiert und jetzt kann ich hier auf Entfernen klicken und habe letztendlich erfolgreich auch hier mein Videoclip, der bereits bearbeitet ist und final ist, in das Projekt eingefügt und kann den natürlich jetzt an jeder beliebigen Stelle hinschieben und einsetzen. Ich finde diesen Befehl Datei Projekt einfügen für solche Sachen ganz hilfreich. Ihr habt beide Möglichkeiten gesehen, die man in den Einstellungen vorauswählen kann. Mein Favorit ist als verschachteltes Projekt, weil dann spare ich mir das spätere manuelle Auswählen der Einzelclips. Aber ich glaube, das ist Geschmackssache und sollte jeder für sich selbst entscheiden, was er für besser hält. An dieser Stelle vielen Dank für das freundliche Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, ihr konntet was lernen. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich freue mich darauf. Ansonsten gerne einen Daumen dalassen oder meinen Kanal abonnieren. Es folgen weitere Tipps rund um PowerDirector 365 in diesem doch sehr komplexen Projekt. Bleibt gesund. Tschüss, bis zum nächsten Mal.